Der Generalszug in den Berliner Ortsteilen Charlottenburg, Schöneberg und Kreuzberg ist eine großzügig angelegte Straßen- und Platzfolge, deren Namen an die Befreiungskriege 1813 bis 1815 gegen Napoleon I. erinnert. Er basiert, mit Ausnahme der Umfahrung des späteren Gleis-Drei-Eckel-Endes, auf älteren Planungen von Peter-Josef-Lenne und dem Hohbrecht-Plan von 1862. Die Benennungen wurden zum 50-jährigen Gedenken durch Kabinettsorder vom 9. Juli 1864 verfügt. Der Straßenzug wurde bis etwa 1880 fest ausgebaut. Straßenverlauf Der durchgehende Generalszug besteht aus folgenden Straßen und Plätzen. Die Tauenzin-Straße beginnt am Breitscheidplatz, wurde nach Bogeslaw Friedrich Emanuel von Tauenzin benannt, einem preußischen General, der sich während der Befreiungskriege mit vielen militärischen Leistungen einen Namen machte und den Titel Graf von Wittenberg erhielt. Der Wittenbergplatz ist nach der Schlacht bei Wittenberg benannt. General von Tauenzin erstürmte im Februar 1814 die Stadt. Die Kleist-Straße ist nach Friedrich von Kleist benannt, der nach der Schlacht bei Kulm und Nollendorf den Namen Graf Kleist von Nollendorf erhielt. Der Nollendorf-Platz ist nach dieser Schlacht beim Dorf Nollendorf benannt worden. Die Bülow-Straße wurde nach Friedrich Wilhelm Bülow benannt, der wegen seiner Verdienste in der Schlacht bei Dennewitz den Titel Graf von Dennewitz erhielt. Der Dennewitz-Platz wurde nach eben dieser Schlacht bei Dennewitz in Brandenburg benannt, wie auch die Dennewitz-Straße. Der von der Bülow-Straße abgeleitete Begriff Bülow-Bogen ergibt sich daraus. Dass 1872 bis 1875 der ursprünglich geradlinig geplante Verlauf des Generalszugs um rund 400 Meter nach Süden in die bisherige Blücher Straße verschwenkt werden musste, um die Eisenbahnanlagen der Potsdamer, Anhalter und Dresdner Bahn mit den Jorkbrücken an einer möglichst schmalen Stelle unterqueren zu können. Auf dem Gebiet südlich des Landwehrkanals wurden damals die Güter- und Betriebsbahnhöfe erheblich erweitert, weil das Verkehrsaufkommen in der Grün derzeit stark anstieg. Punkt. Der Abschnitt mit den Jorkbrücken war zunächst nach dem Generalfeldmarschall Gebrat Leberecht von Blücher als Blücherstraße benannt worden und wurde 1885 in die Jorkstraße einbezogen. Die Jorkstraße wurde nach General Ludwig Jork von Wartenburg benannt. Sie beginnt nunmehr bereits an der Bülow-Straße am Anfang der Jorkbrücken und stößt an der Ecke Großbärenstraße im Spitzenwinkel von Süden kommend auf die Hornstraße und schwenkt auf die ursprüngliche geradlinige Achse ein. Unter dem späteren Bahngelände waren zwei weitere große Schmuckplätze vorgesehen, der Blücherplatz und der Wallstadtplatz, verbunden durch eine Blücherstraße. Dies kam aber nicht mehr über Sandwege hinaus, weil die Eisenbahngesellschaften auf Änderung der Pläne drängten. Auf dem ehemaligen Bahngelände wurde am 2. September 2011 der Park am Gleisdreieck eröffnet, dessen zentraler West-Ostweg den Namen Generalszug trägt und die ursprünglich geplante Gerade Verbindung von Schöneberg zur Hornstraße andeutet. Die östlich des Bahngeländes wieder auf der ursprünglichen Geraden liegende Hornstraße wurde 1873 nach General Heinrich Wilhelm von Horn benannt. Die Kreuzung Hornstraße und Meckernstraße hieß 1864 bis 1875 Wartenburgplatz, wurde aber nicht mehr ausgestaltet. Stattdessen legte man in unmittelbarer Nähe die Wartenburgstraße an. Die Gneisenau-Straße, benannt nach August Neidhardt von Gneisenau, ist das letzte Teilstück des Generalszugs. Auf dem Südstern, an dem mit der Gneisenau-Straße der Generalszug endet, wurde schließlich die repräsentative neue evangelische Garnisonkirche gebaut. Die die Blickachse optisch abschließt, genauso wurde am anderen Ende der Prachtstraße die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche errichtet. Punkt. In den beiden Jahrzehnten bis zur Fertigstellung erhielten auch die neu angelegten Querstraßen passende Namen. Während die Bebauung der Feldmark fortschritt. Die Kulmer Straße führt von Süden an den Bülobogen heran und ist ebenfalls nach der Schlacht bei Kulm und Nollendorf benannt. In der Nähe des Nollendorfplatzes gibt es auch eine Nollendorfstraße. Von Süden an die Jörgbrücken führt die Bautzener Straße mit dem später angelegten Bautzener Platz. Am östlichen Ende der Jörgbrücken mündet, von Süden kommend, die Katzbachstraße in die Jörgstraße ein. Die Nacht der Schlacht an der Katzbach benannt ist. Weiterhin beginnt hier die Hagelberger Straße, mit der an die Schlacht bei Hagelberg erinnert wird. Etwas abgelegener befinden sich die Erinnerungen an die weniger siegreich ausgegangenen Gefechte. Großgörschenstraße, Schlacht bei Großgörschen sowie Eilauer Straße, Schlacht bei Preußisch Eilau. Auch die Möckernstraße im Norden stellt den Bezug zu Schlachten der Befreiungskriege her. Das Vorgefecht der Völkerschlacht bei Leipzig fand in dem heutigen Vorort von Leipzig statt. Die Großbärenstraße Sternchen führt in der Blickachse vom Nationaldenkmal über den Generalszug nach Norden. Das Monument wurde 1821 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel errichtet und erinnert an die Siege in den Befreiungskriegen. Die Großbärenstraße ist benannt nach der Schlacht bei Großbären. Die anliegenden Straßen erhielten Namen von kleineren Otten, die im Verlauf des sich in der unmittelbaren Nähe Berlins abspielenden Gefechts eine Rolle gespielt hatten. Kleinbärenstraße, Trebina, Luckenwalder, Ruhlsdorfer und schließlich Teltor Straße. An der Verbindung von Yorkstraße und Gneisenau-Straße kreuzte die 1864 umbenannte Belle-Eliens-Straße. Die Belle-Eliens-Straße begann am bereits 1815 benannten Belle-Eliens-Platz. Der Name bezog sich auf die uns heute bekanntere Schlacht bei Waterloo am Kanal, schließt sich daher auch das Waterloo-Ufer an. Schon 1814 hatten die anderen beiden geometrischen Plätze der westlichen Friedrichstadt, Leipziger und Pariser Platz, Namen nach den Ereignissen dieses Jahres erhalten. Weil 1885 die Blücherstraße an den Yorkbrücken in die Yorkstraße einbezogen wurde und dieser Straßenname auf jeden Fall im Stadtbild sichtbar bleiben sollte, wurde im gleichen Jahr die Pionierstraße vom Neuen Blücherplatz vor dem Halleschen Tor zum Südstern in die Blücherstraße umbenannt. Punkt. Weitere Generalsnamen in der Umgebung. Neben den Generälen und Schlachtfeldern im Generalszug, die an die Befreiungskriege 1813 bis 1815 erinnern, wurden bis 1898 in der unmittelbaren Umgebung weitere Straßen und Plätze nach Generälen aus früherer oder späterer Zeit sowie weiteren Beteiligten benannt. Dazu gehören folgende Namen, Kurbrandenburg Georg von Derflinger, Generalfeldmarschall, Emanuel Froben, Begleiter des großen Kurfürsten in der Schlacht bei Färbelen, Siebenjähriger Kriegfriedrich Leopold von Gisler, Generalfeldmarschall, James Keith, Feldmarschall, Kurt Christoph von Schwerin, Generalfeldmarschall, Hans Karl von Winterfeld, General und Freund Friedrichs II, Hans Joachim von Zieten, Jusaren General, Napoleonische Kriege Wilhelm René de Lombe de Courbire, Generalfeldmarschall, Joachim Nettebeck, 1807 Bürger und Retter Kohlbergs, Wilhelm von Dürnberg, General, 1809 Aufstand, Untergebener Blüchers, Karl Friedrich Friesen, Turner, 1813 Adjutant Lütz-Rosch, Friedrich Adolf von Kalkreuth, Generalfeldmarschall, Andreas Georg Friedrich von Katzler, General und 1813 Untergebener Blüchers, Theodor Körner, Dichter und Freiwilliger Jäger in Lütz-Rosch, Freikorps, Ludwig Adolf Wilhelm von Lütz-Rosch, General, 1813 Freikorps, August Ludwig von Nostitz, General und 1813 Adjutant Blüchers, Heinrich Arminius Riemann, Turner, 1813 Freiwilliger Jäger in Lütz-Rosch, Freikorps, Max von Schenkendorf, Dichter, 1813 Kriegsteilnehmer, Ferdinand von Schildmajor, 1809 Husarenstücke, Bismarckzeit 1864 bis 1871 Gustav von Albensleben, General der Infanterie, Leonhard von Blumenthal, Generalfeldmarschall, August Karl von Göben, General der Infanterie, Hugo von Kirchbach, General der Infanterie, Albrecht Gustav von Mannstein, General der Infanterie, Karl Friedrich von Steinmetz, General der Infanterie, In der Zeit des Nationalsozialismus wurden noch ergänzt, Moritz von Bissing, General, 1914 bis 1917 Gouverneur von Belgien, Karl von einem Kriegsminister, General, konservativer Politiker, Alexander von Kluck, General und Oberbefehlshaber, August von Mackensen, Jusar, Generalfeldmarschall, Förderer des NS-Regimes, Hans Michael Elias von Obentraut, Reitergeneral, vermeintlich Urbild des deutschen Mischels, heutige Straßennamen, mit sehr wenigen Ausnahmen blieben alle erwähnten Straßenbenennungen bis heute erhalten, Bälleleienstraße bis 1946 seit 1947, Meringdam, Dürnbergstraße zerbombt und überbaut, Mackensenstraße nach langem politischen Streit ab 1998, Else-Lasker-Schülerstraße, Nettebeckstraße von der Verkehrsplanung der Nachkriegszeit durch die Straße an der Orania begraben.